Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6011 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Lernen ist am effektivsten, wenn man mit Freunden zusammen ist. Lernen ist am effektivsten, wenn man mit Freunden zusammen ist. Was kann ich heute Schönes zum Abendessen machen? Fällt dir etwas ein? Was kann ich heute Schönes zum Abendessen machen? Fällt dir etwas ein? Was kann ich heute Schönes zum Abendessen machen? Fällt dir etwas ein? Mein Mann kann das genauso gut wie der Koch im Fernsehen. Ich esse gerne, was er kocht. Mein Mann kann das genauso gut wie der Koch im Fernsehen. Ich esse gerne, was er kocht. Mein Mann kann das genauso gut wie der Koch im Fernsehen. Ich esse gerne, was er kocht. Ich habe wenig Geld. Meine Ersparnisse sind in diesem Glas. Ich habe wenig Geld. Meine Ersparnisse sind in diesem Glas. Schau mal, ob der Ring passt. Wir werden unsere Arbeitsweise revolutionieren und die Kraft der künstlichen Intelligenz nutzen. Wir werden unsere Arbeitsweise revolutionieren und die Kraft der künstlichen Intelligenz nutzen. Ich habe meine Gedanken und Gefühle unter Kontrolle. Ich habe meine Gedanken und Gefühle unter Kontrolle. Es sind nur wenige Menschen am Meer. Es ist Frühsaison. Es sind nur wenige Menschen am Meer. Es ist Frühsaison. Meine Tochter hat heute ihr erstes Kind bekommen und ich bin so froh, dass es ihr und dem Baby gut geht. Mutter und Tochter schauen gemeinsam auf den Laptop. Mutter und Tochter schauen gemeinsam auf den Laptop. Mutter und Tochter schauen gemeinsam auf den Laptop. Wo werden die beiden den nächsten Urlaub verbringen? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.